Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Wir möchten einmal was ankündigen. Wie gesagt, ihr seid ja bei BulletClerks, der RawTax hier. Wir sind momentan bei TwitchTV am Streamen. Das heißt momentan einfach zwischendurch mal immer wieder. YouTube-Videos habe ich momentan wenig Lust zu, hatte ich ja schon gesagt. Deswegen streamen wir jetzt einfach ein bisschen. Wer das nicht mitgekriegt hat, Sonntag haben wir schon ein bisschen gestreamt. Zwei Stunden, glaube ich, von 19 Uhr bis 21 Uhr. Heute Abend werde ich sicherlich auch noch mal streamen. Vielleicht auch heute Mittag noch ein bisschen nebenbei. Das Ganze findet ihr unter twitch.tv slash BulletClerks. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Wäre cool, wenn ihr vorbeiguckt. Würde mich freuen. Wer vielleicht auch mitzocken möchte, wir zocken meistens Counter-Strike, Global Offensive, wohlgemerkt. Der findet uns auf unserem Teamspeak. Und wer den verpasst hat, möchte mal ein paar Videos zurückgucken. Beziehungsweise ich verlinke dieses Video gleich in der Landcard. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstagabend. Vielleicht schaut ihr mal rein. Ich würde mich freuen. Ihr freut euch bestimmt auch darüber. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.